Musik Hallo, mein Name ist Johannes Stelzer. Ich bin 19 Jahre alt und Fußballspieler der Spielvereinigung Nickenich. Ich bin Marlon Bleckwecker, 17 Jahre alt und mache ein BFD bei der Sportjummen Koblenz. Für ein Bundesfreiwilligendienstjahr beim Sportbund Rheinland habe ich mich entschieden, da mich die Vereinsarbeit schon immer sehr interessiert hat. Darüber hinaus bin ich ehrenamtlich im Verein der Bolivienhilfe IV tätig. Ich habe mich hier für das BFD entschieden, weil ich selber sehr sportlich aktiv bin und das mit einem Beruf verknüpfen wollte. Während meines BFDs bin ich in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit für den Social Media Auftritt des Sportbundes verantwortlich. Meine Aufgaben hier sind, dass ich bei Social Media zuständig bin, bei Instagram sowie bei Facebook und auch Veranstaltungen plane oder auch Wettbewerbe organisiere. Nach dem Jahr habe ich vor, ein Sportmanagementstudium zu absolvieren. Später möchte ich auch zusätzlich mich in die Richtung des Sports orientieren. Falls ihr nun auch Interesse an einem Bundesfreiwilligendienstjahr oder einem FSJ im Sport habt, so schaut doch gerne mal auf der Homepage der Sportjugend Rheinland vorbei.